Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft One World und ihr seht es eigentlich hier schon. Wir sitzen hier in unserem frisch gebauten See und wollen jetzt mal hinter uns hier weiter bauen, weil wir wollen jetzt hier diese Stage unseres Projekts abschließen eigentlich. Entweder diese oder nächste Folge will ich eigentlich fertig werden. Und zwar wollen wir hier in dieses große Loch hier ein bisschen was reinbauen. Ich meine, ihr seht schon, wir haben hier bisher schon angefangen ein bisschen was anzubauen. Aber wir haben noch nicht annähernd zu Ende gebaut. Und ja, unsere Hauptbase soll hier jetzt reinkommen für dieses Projekt erstmal. Und ja, nochmal an alle, die nicht wissen, was One World ist. Sorry erstmal für diesen etwas unstrukturierteren Start, keine Ahnung warum. Aber für alle, die nicht wissen, was One World ist, aua. Für die erkläre ich es jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar ist hier die Sache, wir machen immer unterschiedliche Challenges sozusagen. Also hier ist jetzt die Sache, wir dürfen nur unterirdisch bleiben und außer es ist Nacht. Wir müssen halt alles hier unterirdisch machen. Und dementsprechend bauen wir uns hier halt eine Höhlenbasis. Und wenn wir diese Höhlenbasis fertig gebaut haben oder die Challenge beendet haben oder was auch immer, dann gehen wir weiter und machen was Neues. Und das Ganze ist einfach so, weil ich gesagt habe, okay, Minecraft Let's Plays gehen immer exakt gleich, ja. Du machst immer das Gleiche eigentlich, bis nach der zweiten Folge schon full Equipment, Nessarite und allem. Ich will es mir ein bisschen anders angehen. Und dementsprechend habe ich gedacht, komm, machen wir es mal so. Ja, und wenn ich jetzt hier noch einen Block weitergehe, dann, ja, habe ich sozusagen die Challenge verkackt, aber egal. Auf jeden Fall ist so die Sache, wir haben das hier alle schon gebaut. Das führt jetzt aber noch zu keiner Base. Und da wir eine Base bauen wollten, ja, bauen wir jetzt auch nochmal eine Base hier unten rein. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob wir es diese Folge schon fertig kriegen oder es nächste Folge. Aber, ja, wir haben auch unter anderem jetzt schon in diesem Projekt eine Burg gebaut und sowas zum Beispiel. Wir haben auch, was hatten wir noch so schönes? Wir hatten ein Zelt ganz zu Anfang und, ey, stimmt, ich bin gar nicht mehr so weit. Ich habe mich deutlich länger hier aufgehalten, als ich es eigentlich wollte. Frag mich nicht, warum, aber, ja. Weil eigentlich hätte man das Ganze, was ich hier gemacht habe, auch deutlich schneller hinkriegen können, glaube ich. Aber, ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt hier eine kleine Art Tempel oder sonst was hinbauen, was hier dann unten ist. Und, ja, dann würde ich einfach mal sagen, labern wir jetzt nicht lange irgendeine Scheiße, sondern gehen direkt einfach mal in eine Timelapse. Nachdem ich hier ein paar Materialien gespahnt habe, ja, muss ich euch ja nicht so mitnehmen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns nach der Timelapse wieder. Und, ja, gucken wir uns dann mal an, was wir hier so gebaut haben. Und, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann knallt der hier unten drauf Nehmen wir das weg Das hier Ne, der soll bleiben Und dann kann es hier so runter gehen, okay Perfekt, wir haben einen Weg fürs Wasser Wie komme ich jetzt hier von hier aus wieder hoch? Keine Ahnung Wir probieren es einfach mal hier rüber Dann so, so, so So, so, perfekt Jetzt war der Jammer nur ein Profi am Start Ähm, so, jetzt müsste unser Weg hier runter auch funktionieren mit dem Wasser, oder? Komm, weh, du zerstörst mir jetzt hier alles Oh Gott, hier unten macht es trotzdem wieder Scheiße Und warum? Weil man nicht aufpasst, genau Danke dafür So, blocken wir hier nochmal ab, dass sich das Wasser einmal zurückzieht Ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache Immer wenn das Wasser irgendwie Scheiße macht, die es nie machen soll Blockt es einmal kurz ab Und es zieht sich einmal zurück Und Macht wieder frei Und das Wasser zerstört euch nie mehr komplett Wie ihr sehen könnt Ja Ähm, so, jetzt müssen wir hier unten aber unsere Ähm, Beleuchtung wieder Hinsetzen Ähm, wo war das andere kaputt gehirn? Ich glaube, hier hinten hatten wir auch eigentlich mal ursprünglich eins Aber Ja Och Mann, warum funktioniert denn das nicht mit irgendwas in der Hand? Ja gut, keine Ahnung, wo jetzt noch was kaputt ist Habe ich noch ein Bone Meal mit? Ne, habe ich auch schon alles weggepackt Ja gut, passt doch Ähm Läuft wieder alles Wir haben unseren Wasserfall jetzt auch aktiv Ja, das war das einzige Teil, was ich vergessen hatte Aber Ähm, wir gucken uns das Ganze mal an Wir haben diesen Style von hier weiter beibehalten Und zwar seht ihr es hier Ähm, wir haben vielleicht ein bisschen viel Anbeleuchtung drin Tatsächlich, ihr seht schon Wir haben ein paar Laternen hier zwischendrin versteckt und so Ah ja, wir haben basically wieder Unsere Tropfstellenhöhle mit einem See hier unten gepaart Jetzt mögen sich manche Leute fragen Warum machst du da immer Seen hin? Und zwar mache ich da Seen hin Weil dadurch können da keine Mobs spawnen Oder nur sehr wenig Mobs spawnen Weil ihr seht schon, da vorne jetzt hier Ein paar Glow-Squids können spawnen und so Das ist doch schön Aber ansonsten können nur noch Drowns spawnen, glaube ich Und das ist ganz gut, wenn hier unten nicht alles voll mit Mobs ist Ja Gleiches Problem wie hier Und man hat nicht so viele Probleme, das zu thematisieren irgendwo Das ist auch noch eine logische Sache Aber ja Ähm Jetzt ist die Frage, wo wollen wir unsere Base hinbauen? Ich hätte jetzt gesagt, so hier über diese beiden Tropfsteine Oder hier so rüber irgendwo Auf jeden Fall hier über diesen See Ah, da kommen dann die Base hin Allerdings jetzt gerade nicht mehr Ich glaube, ich habe besser genügend gemacht jetzt für diese Folge Aber ich zeige euch nochmal hier unten in der Ecke Weil ihr glaubt nicht, wie scheiß lang es dauert So ein... Wo bist du denn? Ihr glaubt es nicht, wie scheiß lang es dauert So ein See hier voll zu machen Ich weiß nicht, wie schnell ich die Time-Labs gemacht habe Am Ende jetzt Weil ich sie noch nicht geschnitten habe natürlich Aber ja Das wird schnell werden auf jeden Fall Auf jeden Fall Seht ihr hier hinten Wir haben hier diesen kleinen Lavastrom ein bisschen eingebaut Dass der hier hinten reingeht Und ganz kurz Hier können wir nochmal kurz ein bisschen Stein dran bauen So Ähm Ja Dann ansonsten Was haben wir sonst so noch gemacht? Falls ihr euch fragt, warum dieser See so halbwegs natürlich aussieht Das liegt daran, dass ich einfach nur die vorgegebene Ähm Oberfläche nehme Und dann ausfülle Hier hinten habe ich mir dann gedacht Okay, da habe ich keinen Bock mehr Da machen wir jetzt hier so einen kleinen Fluss rein Und habe dann hier so einen Damm reingebaut Ja, ich weiß, der Damm ist auch langweilig wie sonst was eigentlich Aber er macht seinen Zweck hier Dann fließt das Ganze hier runter Und haut hier nach hinten ab Aber hier hinten endet meine Base auch Hier ist keine Base mehr Von mir Wow Die Fledermäus fliegt einfach in den Scheiß Ähm Lava Strom Aber wie gesagt Hier hinten ist meine Base sozusagen zu Ende, würde ich sagen Ja Hier ist nichts mehr Dieser Damm ist das letzte von der Base Und ja, wenn wir hier mal durchschwimmen Erstens Ich mag diese Farbe vom Wasser Weil wir da hinten in den Sumpf kommen Hier vorne sind wir wieder normal In die Gebirge, glaube ich Ah ja, ihr seht schon Hier haben wir auch wirklich bis in den Tiefen der Höhle durchgemacht Ja Alles einmal mit Wasser voll Und ja Ein bisschen Bonemeh verschwendet Ich habe hier genug Knochen in meiner Farm Hinten Und Ja Ansonsten Ist das Ganze hier dann auch soweit Okay Und eine andere Sache, die ich euch noch zeigen wollte Ihr seht ja, hier sind keine Fackeln Ihr habt ja auch gesehen, wie ich die Fackeln eben gerade versteckt habe Das Ganze habe ich jetzt auch nochmal Bei allen anderen Sachen gemacht Ja Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Wasserfall hauptsächlich als Aufzug genutzt wird Aber egal Wo bist du, Zombie? Keine Ahnung Aber ja, wie gesagt Ich habe hier die Fackeln im Rest der Höhle auch nochmal versteckt Ihr seht schon ein bisschen Teppich genommen Drübergelegt Sieht deutlich besser aus Ich meine, wenn wir hier jetzt diesen Bereich angucken Oder den da hinten Ich finde, der Bereich sieht deutlich besser aus Und da ich noch nicht weiß, ob ich hier in diesem Bereich überhaupt noch was bauen werde Ähm, ja Lassen wir das Ganze da auch erstmal so Aber wenn wir jetzt hier schon so rüber gucken Sieht das, finde ich, genial aus wieder Und Ja, ich würde einfach mal sagen Ähm, wir sollten jetzt eine Folge haben, die halbwegs lang genug ist Wenn ich jetzt noch anfangen würde, meine Base anzufangen und so Dann wird die Folge wieder unendlich lang, lang Machen wir lieber in der nächsten Folge Finishing die dafür wahrscheinlich dann auch direkt Mal schauen, wie groß ich sie dann am Ende baue Weil ich Ich wing das gerade die ganze Zeit Ich improvisiere Ich habe keinerlei Plan gerade Das Letzte, was ich geplant hatte, war hier oben das Tor Und Ja Ansonsten Habe ich seitdem nichts wieder geplant Und das Problem ist Ich kann jetzt auch nichts mehr planen Weil Dazu muss ich jetzt erstmal wieder diese ganze Höhle scannen Muss die dann eins zu eins rüber kopieren In der Creative World Muss dann da planen Oh, und da bitte Ich muss dann eins zu eins das dann planen wieder Und dann Kann ich es wieder rüber Äh, schieben hier Das ist mir zu aufwendig Da Improvisiere ich lieber hier mit dem Bauen Und Ja Dann würde ich einfach mal sagen Man sieht sich In der nächsten Folge wieder Wenn wir hoffentlich hier Das letzte Mal in der Höhle sind Falls ihr Ideen für eine Challenge habt oder so Ja Wir werden wahrscheinlich Irgendwas mit dem Nether machen Dann schreibt es gerne in die Kommentare Ja Bin offen dafür, was wir machen Weil Wir können jetzt hier Nether und so machen Ey, stimmt Wir können das hier jetzt als Final Ähm Ending hier In dem Nether Portal oben drauf bauen In diesem Tempel Als Hauptteil Warum hier der Tempel ist Das wäre doch Eine gute Idee, glaube ich Aber Ich würde mal sagen Bis zum nächsten Mal Und Ciao Vielen Dank, dass du bis zum Schluss Drangeblieben bist Oben rechts siehst du jetzt Die passende Playlist zu diesem Projekt Unten links hat YouTube Am Video passend für dich bereitgestellt Wenn dir meine Videos gefallen Kannst du mich gerne unterstützen Indem du einen Daumen nach oben da lässt Oder den Kanal abonnierst Und die Glocke aktivierst Um immer über neue Videos informiert zu werden Einmal Bis zum nächsten Mal Abonnierst Vielen Dank.